Prima la Musica Ich heuer in Schwarz Und für eng die wichtigsten Orte Weil mir kein Tag Im kleinen Bahnhof befindet sich die Wirtschaftskamper Dort werden einige von euch ihren Auftritt haben Also gehen wir mal rein Und für eng die wichtigsten Orte Auch die wichtigsten Orte Oh, der war das ein Ich heuer in Schwarz 01.00 im Jeff Wenn es die Strasse weiter geht, dann kommt es zum wahrscheinlich größten Saal von Schwarz. Dem Silbersaal. Das Abschlusskonzert wird auch in dem Saal sein. Vergesst es euch ja nicht anzumelden für das Abschlusskonzert, wenn es auch zu Ahochen kommen wird. Weil wahrscheinlich haben wir nicht Platz für alle. Jetzt sind wir da, bei der Landesmusikschule Schwarz. Aber wo ist denn der Felix schon wieder? Ich ruf ihn besser an. Wahrscheinlich ist er eh wieder beim Üben, weil sonst bleibt es nichts vom Wetter raus. Ja, ich bin beim Üben. Sonst weiß es ja nichts, wenn ich nicht übe. Welche Musikschule kann schon von sich behaupten, ein Glasfrand mit dem Innenhof zu haben? Falls jemand vielleicht neu ist beim Wettbewerb, einen Einspielraum, dann kriegt man meistens 15 Minuten davor. Dann kann man sich vor seinem Auftritt nochmal warm spielen, weil niemand will mit kalten Händen vor dem Wettbewerb stehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020